Eine Doppelkinnbehandlung, gerade bei jungen Frauen, die im Alltag bestimmte Positionen dann meiden und immer den Unterkiefer oder den Kinnbereich nach vorne ziehen und dadurch natürlich auch leicht arrogant wirken, obwohl die das meistens gar nicht sind und nur um den Doppelkinn zu kaschieren und die Behandlung ist hier denke ich sehr einfach und sollte hier auch durchgeführt werden.